Die Veranstaltung von heute, aber auch dann die Pressekonferenz von gestern, wurde dann von afghanischen und iranischen Menschenresinitiativen praktisch unterstützt, aber auch dann von Terrafam in Berlin, aber auch dann Zentralrat der Ex-Muslime und sonstigen nicht-religiösen Menschen e.V., Verein säkularer Islam Hamburg e.V., kurdische Gremien Deutschland e.V., iranische liberal-demokratische Partei, Rastachis Aryameh, säkulare, säkular-demokratische Partei, internationale Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, Initiative für richtungsweisende Forschungen zur Errichtung der Demokratie im Iran, Menschenrechte 21 e.V., Parliamentary Monarchy Iran for Human Rights, Iranian National Unity Movement. Insgesamt in allen Reden würden dann folgende Forderungen gestellt an deutsche Regierung, insbesondere in Bezug auf Außenpolitik von deutscher Regierung, dass die Menschenrechte universal sind, dass die Menschenrechte nicht nur proklamieren, sondern auch in der Tat umsetzen und alle Hebel dafür einsetzen, dass wirklich alle Menschen auf der Erde, die praktisch diese Menschenrechte gültig sein können, geltend gemacht werden. Die Taliban-Regierung nicht anerkennen, kein wirtschaftliches Verhältnis mit Taliban und auch keine Verhandlungen mit Taliban, nicht einfach erwähnen, wenn sie so und so vornehmen, dann werden wir mit euch dann wirtschaftliches und politisches Verhältnis haben, sondern ablehnen, ignorieren. Das zu erkennen, dass Scharia auf der Macht im Iran, was vor Menschen, insbesondere vor Frauen, was vor Elend verursacht hat und dies wird sich wiederholen in Afghanistan, das Bedenken und das auch außenpolitisch berücksichtigen, insbesondere berücksichtigen, dass diese Einmischung von Religion in politische Macht im Iran und jetzt in Afghanistan, was für Gefahr nicht nur innenpolitisch, sondern außenpolitisch bei diesen beiden Ländern haben kann. Somit ist Scharia, eingemischt mit politischer Macht, eine Gefahr für Gesamtländer sein wird. Das heißt, nicht nur in der Region fängt man von einem Land, dann geht in die Region und dann geht weltweit, sodass man in Europa, man in Amerika oder woanders auch dann Angst um ihr Leben hat. Aber auch dann das verhelfen, das helfen, das unterstützen, das im Gang setzen, dass alle Menschen, die vom Afghanistan rausgehen wollen, auch dann wirklich geholfen werden und sie dann in Europa oder in Amerika oder Kanada irgendwo eins zu Hause finden. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Diese Gesamtheit, diese Vereine, die dann heute, aber auch dann gestern die Versammlungen organisiert haben, mitgeholfen haben, sie werden dann ihre Arbeit weiter tun und wir wünschen weitere Unterstützung von unserer Arbeit. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank. Also, das wurde schon angesagt, Frau Doktor hat es schon erwähnt. Ein Punkt, was uns ganz wichtig ist, hier wurde komplett und ständig wiederholt, dass die humanitäre Hilfe in der Hand von Taliban landen soll. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.